Hallo, ich muss schon sagen, die Richter gibt's so viele, ja. Im Zweiten Weltkrieg, was haben die gemacht? Doch ja, sie haben täglich, ja. Oh, in die Gaskammer geschickt Leute, ja, zum Vergasen, ja, ja, ja. Und dann hat er noch ein paar Aufhänger lassen, ja. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ich mach nur das, was ich machen muss, sag ja. Und nach dem Krieg hat er gesagt, ja, ich hab das nur gemacht und die anderen, die wir gesagt haben, ja. Sonst werde ich selbst vergas geworden, ja. Ja, die Richter, die Richter, ja. Ja, ist ein eigenes Volk sogar. Wenn sie oben sind, ach ja, schicken sie alle in die Gaskammer, ja. Viele in die Gaskammer, ja. Und da werden aufgehängt, ach ja. Und dann sagen sie immer, ich hab gar nichts gewusst, ach ja. Ja, was sie da hinten abspielen, ja. Ich hab nur gemacht meine Pflicht, ach ja. Seine Pflicht hat er gemacht, sagt er sich immer wieder, ja. Und er fühlt sich nicht schuldig, ja. Ja, er sagt sich nur, hab nur gemacht, was meine Pflicht war. Nein, das war keine Pflicht. Er wollte es so, drum hat er es gemacht. Sonst hätte er viele die Gaskammer erspart. Aber nein, 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 nein. Er hat sie alle hingeschickt, dass er was verdienen kann. Wenn er einen reingeschickt hat, dann hat er was von seinem Anter, was bekam, ja. Von seinem Abgang von Haus oder sonst auch wo. Der Richter soll immer reicher werden, ja, in der Zweiten Weltkrieg, ja. Und sie haben nur die Pflicht gemacht. Ach ja.